mein schönen silberpfeil hier, scheiße man ich wollte mein blau blau irgendwas mit blau fisch fisch und blau und wie hält man meinen fisch da irgendwie so schimmert oh fuck, oh fuck, was? du hast es gemacht? ich höre die Tore sind zwei Pfeile, das heißt du musst ja entweder links oder rechts ich hab mir zwei Pfeile geliebt Alter! Das hat er doch nicht gewohnt! Alles! Alles klar, es geht los! Ich weiß gar nicht was los geht, aber es geht los! Ach, das war... Oh! Wow! Hä? Hä? Selbstverständlich passiert mir das! Oh Gott! Nein! 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 Kommt er mich da fast runter bei der Bremse! Was soll ich denn machen? Wenn du Slipstream hast, wie kann ich ihn schon erfahren, wenn du Slipstream hast! Jetzt gewinnt aber noch ein Autorenner und Motorräder! Das ist ja der Wahnsinn! Ey, welcher ist das denn? Und diese Bremser! Juhu! Juhu! Frogflip! Frog... Nee, noch nicht nochmal! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Oh! Schmeckt dann los! Ja! Ja! Heid er dich wieder! Wieder? Ja! Ja! Du hast halt mal... Du hast jetzt auch schon mal... Du hast jetzt auch schon mal... Weil es jemand nicht da war! Ähm... Woll ich mal sagen... Ah ja und dann... Ähm... Boah... Weiß ich nicht... Dann... Nachts wieder nach draußen gehen... Und wir haben sie herunter... Nee... Gar nicht! Bis zum Morgen... Ja... 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 Grobisch... Mann... Ich kann mal nicht kommen... Alter... Ich... Warum komm jetzt in so'n Schellstuntcamp? Ja... Warum nicht? Oh je... Zummerz... Schön mal wieder so'n bisschen das Alte mit drin zu haben... No... Ohohohoho... Was ist zubinden? Wie siehst du denn aus? Irgendwie auf ne Garage fliegst... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh... 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 gut gut oh mann oh mann, oh mann ist der da war ich auch mitgedacht ich krieg nicht gleich der schwarter und damit dieser kommt dann bestimmt hier irgendwo ich weiß nicht muss ich sagen da werfe ich meinen controller in die Ecke machst du den auf Jelly? jetzt nicht zu weit oder war das? oh dieses Rennen war der Adler so eine gute Idee ihr werdet es im nächsten Video sehen wie ein Jelly wie ein Jelly oh nochmal im echten aaaaaaah oh Gott, oh Gott schaffe ich das noch? in echt? Jelle Jelle J-E-L-L-E Jelle Vanderbock er ging ja nicht in der Schule da ging ja nicht in der Schule er ist ja der Vaasa, was den Fähigkeiten der Anna hat wusste ich da gar nicht oh oh Alles klar, ich spring rüber, über den Checkpoint, du bist okay, ja gut, der war nicht sicher. Ich hab das hier nicht gemütlich. Ich bin ja schon wieder rüber geflogen. Schmeiß mal auf den Spiel. Ich bin ja erst persönlich nötig. Das war keine Polizisten, aber... Das war keine die Polizisten haben. Vielleicht schon? Weiß ich nicht. Oh. 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 Ich bin ja überlegen. Ich bin ja überlegen. Sehen wir jetzt wieder an. Was du mir gezeigt hast. Ob ich... Äh geschickt, das meine ich. Ob ich mir sage, ich fahre einfach... Ich fahre einfach mal ein bisschen. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Ich sehe keine Hand. Finde ich auch. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Wollte irgendwie sowas mit dem Innerhine machen? Wollte da nicht mein fahren? Wollte das nicht mein fahren? Doch das vielleicht schon. Ja, ich würde die näher fahren. Wachen wir irgendwo. Ja, oder? Oh Gott. Hä? Ja stimmt, ein Auto fahren sollte man ja fahren. Ich habe lange keine Rennen mehr gefahren, ich glaube das letzte mal da war es noch mit in den GTA und Playlisten und so weiter, das war mit, ach wie heißt er, mit Jason und wer war das? Kommt mit dabei? Ich weiß nicht, wer mit dabei war. Queen Mason? Ich trete ihn mal auf dem Funky, Appi. Ich weiß nicht, wer mit dabei war. Ich weiß nicht, wer mit dabei war. Ich weiß nicht, wer mit dabei war. Genau, HV Barnacle und Raison auch. Äh, Soundwave. Soundwave. Soundwave! Du warst nicht an den Nähmen. Das war der Engländer, der Ihre und der Ami. Und der Deutsche. Und der Deutsche. Beste Mischung ever. Beste Mischung ever. Natürlich! Und die meisten sind alle anders. Und jeder von den drei, vier Persönlichkeiten hat eine Minute banal. Das ist eine einzige Person. So scheiße, muss ich ernst mal sagen. Ich bin rüber geflogen! Ah! Das ist Demos. Alter, was war das denn für ne Scheiße? Wer baut denn irgendwie hin, das ist voll die Rampfen. Wie kannst du die Rampfen nicht hoch anhalten? Aber dann gehen wir. Wenn ich machen soll. Hui! Ich bin braun! Wow! Oh shit! Ja! 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 Nein! Weitaus größer. Wenn er da irgendwie... ...nicht irgendwie in den Streik gerade wäre. Ich weiß nicht. Ich glaub es war irgendwie sowas von wegen... keine Ahnung. Er hat irgendwie den Twitter-Account quasi... irgendwie... im Namen von niemandem einen Twitter-Account finden sonst. Also geschrieben... ...was geschrieben. Alter! Ich weiß nicht, ob ich immer was zu lange her hab. Ich weiß nicht, ob man beim Prius gegen die Straßen nach hinten aktiviert hat. Prius? Ist zwar im Elektroauto, aber... Weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ach klar. Das sind ganzen Videos von wegen mir. Ach hier guck mal ein Elektroauto. Elektroauto in der Tankrad hat explodiert. Elektroautos sind nicht so gut. Fahr lieber wieder Diesel. Oder Benziner. Geil. 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 Es war keine gute Idee, Customized Vehicles zu nutzen. Man fährt über jeden verfickten kleinen Checkpoint über. Deswegen gebe ich kein Gas, wenn ich um die Kamera fahre. Ich fahr trotzdem, dass man so weiter wie ich's gemacht hab. Du bist echt dicht hinter mir. 10 Sekunden. Entschuldigung. Nein! Oh! Alter! Fast nicht geschafft. Ich bin gerade da hingeschrieben. Die... ...intressanten. Weil ich der Kredigo nach vorne geschossen hab. Ich sehe keinen, aber ich hab nicht reingehört. Die Möchte strang und die zu... ...dead logic. Wie kann ich davon denn explodieren? Oh, ich fühlte runter, explodiert jetzt automatisch. Ich glaube eher das. Ich weiß es selber nicht. Whatever. Ich habe die Braum ganz früher einmal gesehen. Ich dachte schon. Ja, aber hier im Zimmer. Jetzt wüsste ich aber. Will bitte noch was? Oh shit. Lieber nicht. Ich habe die Braum. 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 Vielen Dank.